Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Lehrkräfte, egal ob es darum geht, schnell und unkompliziert einen Überblick über die Qualität Ihrer Schule zu erhalten, das Lernen Ihrer Schülerinnen und Schüler zu verbessern oder einfach nur zu erfahren, was den Kindern und Jugendlichen an ihrem Unterricht am meisten gefällt. Mit unserem hessischen Referenzrahmen Schulqualität, allgemein als HHS bekannt, geben wir Ihnen schon seit langem ein standardisiertes Instrument an die Hand, das Ihnen bei der Weiterentwicklung von Unterricht und Schulalltag hilft. Aber nicht nur die Schulentwicklung muss mit der Zeit gehen, sondern natürlich auch unsere Referenzrahmen. In Workshops und Austauschforen mit Lehrkräften und Schulleitungen aus ganz Hessen haben wir in den zurückliegenden Monaten wichtige Erkenntnisse sammeln können, wo beim HHS noch Verbesserungspotenzial besteht. Für das Feedback, das wir dort erhalten haben, bin ich allen beteiligten Schulleitungen und Lehrkräften sehr dankbar. In den Workshops wurde deutlich, dass die Inhalte übersichtlicher und die Materialien individueller werden sollen. Und weil das am besten digital klappt, haben wir für Sie mit HHS Online ein modernes Unterstützungsangebot zur Qualitätsentwicklung geschaffen. Auf HHS Online finden Sie vor allem Video-Tutorials und leicht handhabbare Anwendungsmaterialien wie Feedbackbögen oder Leitfäden zur schulinternen Evaluation und Bestandsaufnahmen. Diese können Sie sowohl am PC als auch auf dem Smartphone oder Tablet nutzen und Sie besonders praktisch in Ihre tägliche Arbeit integrieren. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie haben wir zudem den Bereich Lernen in Präsenz und auf Distanz angelegt, der Ihnen bei der Strukturierung des Wechsel- und Distanzunterrichts hilft. Ich hoffe sehr, dass wir Sie mit HHS Online noch besser dabei unterstützen können, Schule und Unterricht weiterzuentwickeln. Vielen Dank.